Anna, Mojna, hallo. Ist das nicht diese kranke Schauspielerin? Was heißt krank? Bumfst du sie auch? Wieso auch? Ich hab gedacht, ihr seid's getrennt. Ja, was? Na bei ihr kriegst du den hoch? Ich meine, was macht sie, was ich nicht mach? Ähm... Ist denn da drin, bist du denn impotent? Ich bin doch nicht impotent! Doch! Nein! Bei der Frau könnte ich auch nicht. Warum hast du überhaupt geheratet, wenn du nicht treu sein kannst? Eine gute Ehe ist die Voraussetzung für eine gelungene Affäre.